Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eleanor's Allerlei. Heute werden wir aus Fondant diesen Drachen modellieren. Und dazu brauche ich einfach grünen Fondant und gelben Fondant. Je nachdem wie groß der Drache werden soll, müsst ihr auch die Menge richten. Ich habe hier vielleicht 150 Gramm Fondant verwendet, also nicht die Welt und es wird trotzdem ein ziemlich stattlicher Drache. Wir machen den hier eher kindlicher, geht natürlich trotzdem auch für eine Erwachsenentorte. Ich habe mal einen Drachen gemacht, der ein bisschen böser guckt. Vielleicht werde ich den auch irgendwann hochladen, schauen wir mal. Das ist noch ein älteres Video, da ist einfach die Qualität auch nicht so schön. Ich habe hier einfach den grünen Fondant mit etwas gelben Fondant verknetet. Ich wollte ein helleres, leuchtenderes Grün. Ihr könnt aber auch beliebig andere Farben nehmen. Ihr könntet zum Beispiel auch einen rot-gelben Drachen machen oder ihr braucht auf jeden Fall zwei verschiedene Farben. Ihr könnt auch einen rot-blauen machen, einen weiß-rosenen. Das ist natürlich einfach dem Geschmack oder auch je nachdem welche Torte ihr dazu macht, da einfach euch überlassen. Kann eben auch für Mädchen oder rosa-begeisterte eine Quietsch-rosa-Torte werden. Ich teile mir hier den Fondant in drei Teile. Einen für den Kopf, einen für den Körper und hier den Rest schneide ich mir für die Füße zurecht. Genaue Abmessungen oder so für die Füße oder so. Es ist halt eher Augenmaß und meistens brauche ich sowieso weniger, als ich mir zurechtlege. Was auch besser ist. Besser immer, man legt sich da zu viel als zu wenig zurecht. Ja, ich habe jetzt mal begonnen. Ja, ich habe mir jetzt hier noch was beiseite für die Ohren, für den Drachen gegeben. Aber wie gesagt, das seht ihr dann eh im Laufe des Modellieren, wie viel Fondant ihr wirklich dann letztendlich braucht. Es gibt zum Beispiel auch von, ich glaube das ist Betty Sugar Dreams. Die macht auch wahnsinnig tolle Fondant-Figuren. Diese 1-2-3-Methode, wie man sich den Fondant einteilt. Ich mache das mehr nach Augenmaß. So, den Körper, ihr seht hier, den rollen wir zu einem Strang mit einem sehr breiten Ende. Also das ist quasi der Körper mit dem Hals. Und hier am Ende für den Drachenschwanz rollen wir uns den Strang einfach dünner, spitz, zulaufend. So, das ist einmal der Grundkörper, den wir für den Drachen brauchen. Und dann nehme ich mir hier jetzt für den Kopf. Ihr könnt eure Hände zum Beispiel mit Kokosöl einfetten. Damit auch der Fondant glänzt, beziehungsweise auch glatter wird. Je nachdem, wie ihr euch auch einfacher tut mit dem Modellieren. Ich ziehe mir hier den Fondant sehr glatt nach hinten, weil wie es am Hinterkopf aussieht, wenn es da ein bisschen faltig ist, ist es nicht so schlimm. Aber dass möglichst die Oberfläche sehr glatt ist, wie ihr hier seht. Forme mir hier ein Oval. Und da nehme ich dann einfach die Oberseite, wo die Augen dann hinkommen und drücke mir das etwas flach, damit quasi die Unterseite, die Schnauze etwas hervorschaut. Ist halt eine Möglichkeit, einen Drachenkopf zu machen. Gibt natürlich auch andere. Ich habe mir das hier so gemacht. Genau, hier seht ihr das. Ja, Kinder, wenn die mitmodellieren, möchten die natürlich auch Fondant zum Genesen. Ja, das ist dann die mysteriöse Hand im Bild. Gut, den Kopf halte ich mir an den Körper und schaue, dass das einigermaßen von den Proportionen passt. Ich habe mir hier jetzt etwas noch weggenommen von dem Körper. Das müsst ihr einfach ein bisschen auch durchaus probieren, testen. Ihr könnt jetzt natürlich einen Zuckerkleber nehmen, um den Kopf auch an den Körper zu kleben. Man kann auch ein bisschen Wasser nehmen, um die Stelle zu befeuchten. Das mache ich sehr, sehr gerne. Oder ihr arbeitet natürlich, wie ich, in einem sehr warmen Raum bei hohen Außentemperaturen. Dann klebt der Fondant von selbst meistens sehr, sehr gut aneinander. Also, ja, je nachdem. Ja, ich habe mir das hier eben einfach durch Testen dann ein bisschen angepasst, damit das einfach von Körper, Kopf, Proportionen für mich stimmt. Gut, ist ein Drache, theoretisch als Fantasiefigur hat man da auch viel Spielraum. Und rolle mir jetzt hier das Bein, das Hinterbein. Damit fange ich einfach an. Ihr seht, ich habe doch das kleinere Fondantstückchen dafür verwendet. Man braucht am Ende meistens dann doch weniger, als man gedacht hat. Also zumindest ist das bei mir immer so der Fall. Ja, den forme ich mir einfach hier ein breiteres Ende für quasi die Hüfte und hier unten den Fuß, wenn man das so sagen kann, bei einem Drachen. Und ja, das teste ich immer wieder, probiere, passe an am Körper, ob mir das dann von der Größe gefällt. Und ihr nehmt euch dann einfach ein Messer, um diese Klauen, die Krallen einzuschneiden. Das ist ähnlich, wie man das macht bei Fingern, wenn man zum Beispiel Fondantfiguren modelliert, also menschliche, macht man im Grunde genauso. Ich schneide mir das hier so ein und dann nehme ich mir die einzelnen Zehen, Klauen, Krallen, was auch immer und modelliere mir die mit den Händen ein bisschen, in dem Fall spitz zulaufend. Und ja, ich habe mir dann noch etwas vom Fondant sogar weggenommen, damit das einfach natürlich nicht zu klobig ausschaut. Und das Ganze könnte dann an den Körper dran kleben, wie gesagt, mit Zuckerkleber, etwas Wasser oder es klebt von selbst. Gerade Beine kann man auch gut mit Zahnstochern am Körper fixieren. Ihr müsst natürlich dann dazu sagen, dass Zahnstocher sich in der Figur befinden, dass da keiner reinbeißt. Und so kann man das natürlich dann auch fixieren. Ja, ich habe hier den zweiten Hinterfuß gemacht. Einfach auf dieselbe Weise. Und dann kommen natürlich noch die Vorderfüße, die sind etwas kleiner, die schauen nur beim Körper ein bisschen so hervor. Die habe ich mir ebenfalls hier so eingeritzt und die einzelnen Krallen raus modelliert und habe sie dann ja unter dem Körper, da habe ich den Körper ein bisschen angehoben, ihr seht das hier eh, glaube ich, ganz gut, mir das hier unten angeklebt. Da kommt natürlich dann noch der andere Fuß drauf und dann ist der Körper auch soweit fertig. Ja, da müsst ihr einfach schauen, auch mit der Länge und so damit der Körper nicht zu erhoben auch aufliegt auf den Vorderfüßen, da eventuell eben auch noch Fondant wegnehmen. Ja, der zweite Fuß, zweite Vorderfuß eben auf dieselbe Art und Weise und wird dann ebenfalls an den Körper dran geklebt. Ja, soweit auf jeden Fall haben wir da den Drachen. Wir haben jetzt noch unseren Kopf, da drücke ich ihm die Oberseite ein bisschen ein und dann nehme ich mir in dem Fall ein Balltool, um mir die Augen einzudrücken. Da könnt ihr auch einen Löffel zum Beispiel nehmen oder welches Hilfswerkzeug ihr auch immer habt, um hier diese Augenhöhlen ein bisschen einzudrücken. Da kommen dann die Augäpfel dran. Vorher modellieren wir dem Drachen noch Augenbraun und er bekommt natürlich sein Maul. Das mache ich einfach mit einem Buttermesser. Das könnt ihr auch, es gibt zum Beispiel Marzipanmesser oder so, wie ihr euch einfacher auch, wie ihr damit einfacher arbeiten könnt und öffnet ein bisschen das Maul. Sieht man am Endeffekt, kommt auch natürlich darauf an, von wo man hinschaut, eh nicht so genau, aber es schaut immer freundlicher aus, wenn man noch rechts und links ein bisschen die Mundwinkel sehen kann. Also gerade wenn man einen freundlichen Drachen machen möchte, würde ich das auf jeden Fall machen. Ja, wir setzen uns hier den Drachen zurecht. Jetzt bekommt er eben noch sein komplettes Gesicht. Wir fangen an mit etwas grünen Fondant. Den rolle ich einfach dünn zu einem Strang für die Augenbrauen. Die braucht er nicht unbedingt, also einfach die Oberseite der Augen braucht er nicht unbedingt. Ich finde, das verleiht dem Gesicht ein bisschen Charakter und lässt die Augen auch nicht klubschig wirken. Wenn man herausstehende Augen macht, wirkt das immer sehr klubsch-augmäßig. Und die zwei Augenbrauen werden dann einfach an die Oberseite geklebt. Da werdet ihr auf jeden Fall Wasser- oder Zuckerkleber meistens brauchen. Gerade bei so kleinen Fitzelarbeiten will dann der Fondant nicht vom Finger runter meistens, wenn man den nicht gut anklebt. Ja, und dann starten wir mit den Augäpfeln. Die könnt ihr in verschiedenen Farben natürlich wieder machen, je nachdem welche Farben ihr sonst verwendet. Ihr könnt auch weiße Augäpfel machen. Ich habe mich hier auch für Gelbe entschieden. Ah ja, was ich vergessen habe, der Drache bekommt natürlich noch Nasenlöcher. Da habe ich einfach zwei solche Kringel gemacht und vorne draufgeklebt. Genau, besagte Gelbe. Augäpfel kommen dann noch hineingeklebt in die Aughöhle. Groß genug, dass sie etwas hervorschauen. Das fand ich eben beim Drachengrat sehr passend. Und ich habe ihm schwarze Pupillen gegeben. Da könnt ihr, wie gesagt, farblich natürlich euch komplett austoben. Wäre natürlich auch hübsch, das Grün mit Weiß zu ersetzen und das Gelb mit Rosa eben. Oder einen weißen Drachen zu machen mit hellblauen Stachelflügeln und Augäpfeln. Also da kann man wirklich der Fantasie auch freien Lauf lassen. Es ist immer noch ein Drache und wenn man so richtig sich austoben kann kreativ, dann wohl bei so einer Fantasiefigur wie einem Drachen. Für die Ohren forme ich mir hier aus Fondant so eine Tropfenform. Steche mir hier mit einem Messer, ihr seht das hier eh, diese Ritze ein. Und so wird das Ohr dann an den Kopf geklebt. Das sind dann meine Drachenohren. Mit gelbem Fondant mache ich noch für den Drachenschwanz so eine kegelförmige Spitze. Und ihr könnt natürlich auch dem Drachenhörner verpassen. Wie gesagt, da kann man sich natürlich auch austoben. Er bekommt auf jeden Fall von mir diese Stacheln am Rücken, den ganzen Rücken bis zum Schwanz hinunter entlang. Und natürlich noch Flügel. Da habe ich einen ganz einfachen Trick, was ihr machen könnt. Ihr nehmt einen Sternausstecher und stecht euch mit nur drei Zacken aus, aus gelbem Fondant. Und das nehmt ihr einfach als Flügel. Das ist ein ganz einfacher Trick, damit ihr euch das nicht ausschneiden müsst, mühselig oder eine Schablone machen müsst aus Fondant. Ist das ein ganz, ganz einfaches Behilfsmittel. Die könnt ihr mit Zahnstochen entweder befestigen. Das mache ich, wenn ich den Drachen Last Minute brauche. Und meistens mache ich die Fondantfiguren Last Minute. Oder ihr lasst sie einfach trocknen über ein, zwei Tage. Das ist der fertige Drache. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020